Na dann, einmal da rein. So, sind wir jetzt hier eigentlich als Gruppe drin oder wo ist meine Maus hin? Sind wir? Wir sind noch in einer Gruppe aber ich sehe dich nicht. Also ich bin grad, ne, sind wir anscheinend nicht. Also es ist wieder so eine Einzelspieler. Ja, aber solange wir die Gruppe nicht verlassen müssen, ist das doch gut. Das Merkwürdige ist auch, ich hab 100% XP, also EP, ich krieg kein Level ab. Ich krieg einfach kein Level ab. So, ähm, da muss ich schon jetzt hin. Führt vor dem Osteingang der Slandrachtschlucht einen Angriff aus? Nee. Ja, die Frage ist, wo ist diese denn da? Ist es hier unten? Hä? Hier hat einer einen roten? Nee. Ich raffe das, ne. Da stehen irgendwelche Legionäre rum. Da kann man ja nur da runter springen und kämpfen. Oh. Keine Ahnung. So, ich hab mal Angriff durchgeführt. Und jetzt? Es wird halt auch einfach nichts angezeigt. Führt vor dem Osteingang des Slandrachtschluchts. Ach, vor dem Osteingang. Fuss. Warte mal, ist das da, wo wir reingekommen sind? Äh. Ja. Ne, aber ich bin hier jetzt runter gesprungen, ich komm dann immer hoch. Oder ist es das hier hinten? Ey, jetzt bin ich grad ein bisschen, äh, ja. Hä? Aber das... Nee, man muss bestimmt schon hier drinnen bleiben. Das Tor ist zu. Wie? Im Osteingang des Slandra Osteingang. Ich bin hier jetzt runter gehuppt. Ich guck jetzt mal, ich hab jetzt hier unten einen Mob angegriffen. Da war er aber nicht weiter. Ich renne mal in Richtung Maracas Höhle, oder wie der heißt. Was und wo das ist. Ah, vernichtet alles was euch in den Weg kommt und stürmt nach vorne. Also doch, diese Krabbelviecher hier unten. Also Richtung Maracas Höhle musst du gehen. Juhu, wieder laufen. Ja, und kämpfen gegen Krabbeltiere. Monster die dich töten. Mh. Übel. Ich auch. Versteht schon wieder eine Ceska. Ja, das ist eine Ceska, ja. Das ist das falsche Ziel. Ich muss sagen, wenn die ein bisschen freizügiger wäre, würde ich jetzt hier in der Höhle vernaschen. Bei mir ist immer noch führt vor dem Osteingang. Du musst ein bisschen weiter gehen und kämpfen. Bei mir steht mittlerweile nach Vernichter. Alles was euch in den Weg kommt und stürmt weiter vor. Ähm. Es hat lange gedauert, bis ich mich an den unberechenbaren Äther in Balaurea gewöhnt habe. Aber jetzt ist das schon viel besser. Alkep, ich weiß, dass ihr euch um mich sorgt, aber ich werde euch zur Seite stehen. Lasst uns erst einmal den Steinhaufen beseitigen. Du kommst mit. Los. Warum die komischen Titel erraten? Du. Hier. Ich muss dich dreimal ein bisschen laufen, verstehe dich kaum. So. Aha, warte mal. Ich hab... Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Äh. In-Game ein bisschen lauter gemacht, alles. Äh. Aus dem höchsten Opus auf 19 Prozent. Was kann ich auf... was... auf wie viel... richtig habe? So, ich stehe schon auf 35 hochgeschraubt. So. Ah, hier sind schon so ne roten Dinger. Gut. Dann werden wir die mal umhauen. Oh nein. Dann werden wir die mal umhauen. Ich mach halt einfach kein Level ab. Und mir kann keiner erzählen, dass 55 das Endlevel ist, wenn der Clay damals schon mal hinter ist, der ist Level 70. Vielleicht muss der auch irgendwo hingehen, dass du das Leben machen kannst und dann... Das kann auch sein. Oder man steigt erstmal nach der hier ausweilt, dass er nur für Level 55 ist. Das kann auch nicht sein. Erregt die Eulichter-Legionen, die eurem Forma spielen dann. Drei von neun schon umgehauen. Nö! 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 Warum sind hier Käsen vom KISS jetzt ohne Visionäre? Und die KING-Teile einfach in Staunen. Ihr habt ein unrundiges Ziel ausgewiesen. Was für schwache Du. Oh no. Oh no. Oh no. Also das ist absolut keine Ahnung. Ihr habt ein unrundiges Ziel ausgewählt. Verstehe ich auch nicht. Sechs von neun. Steht den rum und zittert vor Angst. Gut. Kann man auch mal machen. Auf der Heimseite gar keinen Sinn. Oh. Okay. Das ist das falsche Ziel. So. Sieben von neun. Nein. Oh. 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 Das ist das falsche Ziel. Acht von neun. Oh. Jetzt halten die mich, die restlichen mich auch noch an. Nee. So, wo muss ich jetzt hin? Ich bringe zum Zentrum der Jotun-Halle vor. Dann machen wir das doch einfach mal. So. Die gewinderte Ceska muss natürlich weiterkämpfen. Das ist so ein Opferkind. So, jetzt kommt die Eide wenigstens mit. Oh, hier sind wir so eine fucking Räuber. Juhu, ich freue mich. Auf was? Auf irgendwas, was wir sehen. Oh, oh Gott, Entschuldigung. Hey, ich bin gleich in der Jotun-Halle. Kann ja noch besser werden hier. Die sind einfach alle zu spach. Ja, die sitzen hier und ruhen sich faul aus, die Lutz. Spack ist einfach nicht. Hier verändert sich das Licht schon wieder so wie in der Gruft. Und bringe zum Zentrum der Jotun-Halle vor. Bin ich. Hälft den Erschöpften. Fast vergalen und erledigt Leniath die Fantastische. Komm her, du Miststück. Gehst du dich verarscht? Wie sagst du, das ist bei mir gleich so laut, ne? Oh, da ist die Cheska tot. Ja, du. What? Wo hab ich den Zauber her? Ja, gut, das Video spoilere ich mal nicht. Alter, hächelt der hier was zurecht. Okay, ich bin raus aus der Instanz. Okay, wir sehen uns. Okay, wir sehen uns. Okay, ich bin gut. Ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Bis zum nächsten Mal.